Stunden vor Prozessbeginn, Li Wen-Zu verschickt letzte Nachrichten an Freunde und Unterstützer. Schon gestern haben fünf Autos von der Staatssicherheit vor dem Haus geparkt. Ich weiß nicht, was passieren wird, wenn ich gleich versuchen werde, vor die Tür zu gehen. Gemeinsam mit einer Freundin will sie zum Prozess gegen ihren Mann, den Menschenrechtsanwalt Wang Guangzang. Wang verteidigte politische Gefangene, dafür wurde er vor mehr als drei Jahren verhaftet. Der Vorwurf, Untergrabung der Staatsgewalt. Höchststrafe dafür 15 Jahre. Seitdem hat sie keine Nachrichten mehr von ihm. Hier Archivbilder. Immer wieder hat sie protestiert und Antworten verlangt. Sie selbst ist längst im Visier der Behörden. Sowas habe ich schon oft erlebt. Jedes Mal ein bisschen anders. Heute soll das Urteil kommen. Ich mache mir große Sorgen, auch um seine Gesundheit. Der Prozess sei nicht öffentlich. Es gehe um Staatsgeheimnisse, sagt der Geheimdienstmitarbeiter. Mein Mann ist seit dreieinhalb Jahren verschwunden. Ich bin seine Ehefrau. Ich will zu seinem Prozess. Es hilft nichts. Die Sicherheitsleute lassen sie nicht durch. Dann werden auch die Journalisten abgedrängt. Das Gerichtsgebäude ist weitläufig abgesperrt. Journalisten und ausländische Diplomaten sind auf die andere Straßenseite verbannt. Auch hier Beamte in Zivil überall. Plötzlich Tumult. Ein Demokratieaktivist protestiert, fordert Wangs Freilassung. Wovor habt ihr Angst, ruft er den Beamten zu. Dass ihr kein Protest zulassen könnt? Seine Aktion nur kurz. Wenig später führen ihn Geheimdienstleute ab. Aus dem Gerichtsgebäude dringen nur wenige Informationen nach draußen. Nur so viel. Ein Urteil hat es bislang nicht gegeben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017